johle und herz kommt zu einer weiteren runde 1 gegen 1 auf dem team olio server natürlich wieder ein turnier und ich versuche genau bei 45 zu starten einer müsste jetzt stellen weil ich jetzt einfach lief glaube ich und ja auf jeden fall hier das kit von ich weiß nicht wer auf jeden fall ist es jetzt eingeblendet und ja ist halt so ein standard das schwert hat schärfe 4 und ich hatte legt und das schwert macht auch gerade nicht okay es hat zwar schärfe 4 3 5 5 v ist 5 ne iv ist nämlich viel glaube ich genau und ja und halt hier rüstung bogen das heißt spiel mit schraub pc nicht wundert ja keine ahnung wieso das so heißt aber gut ihr könnt mir auch immer noch eure kids in den kommentar schreibt ich werde dann ist die zu durchgehen und dann haben wir haben auch ein laber immer meine laber immer war nicht so schön von ihm kriegen ich hätte darauf schlagen können und ja ihr könnt mir auch eure kids in die kommentare schreiben und dann werde ich mir die durch werde ich die durchgehen und ja er brennt ich will meine laber wieder haben er hat kein wasser nämlich jetzt diesmal nicht oh gott nein ja er kann er kein wasser ok ich muss jetzt rennen ja oh gott war das knapp so aber hab ich jetzt gewonnen ja ich hab gewonnen na stimmt weil 2 1 so ja gut passt schon äh gut game auf jeden fall ähm und ja ihr könnt auf jeden fall eure kids schreiben so wie wir euch gesagt haben und ja die leute auf die mir auf twitter folgen wissen auch dass sie mir ähm ein Spiel gegönnt habe und zwar habe ich mir jetzt auch mal äh Super Smash Bros. gegönnt für die Wii U das ist gerade in meiner Wii U drin und die Box also die Verpackung von dem Spiel ist irgendwie da oben genau ähm und ja auf jeden fall ähm ich habe das heute schon so ein paar Runden gespielt weil wir äh zwei Freunde waren ähm und wir dann gelernt haben für den Test den wir morgen schreiben und ähm ja dann haben wir wir fertig waren so haben wir dann noch ein zwei Runden gespielt so und das macht richtig Bock so mit Freunden zu spielen und generell das so zu spielen ich weiß nicht ich habe das früher immer auf dem Gamecube gespielt und ein paar Leute wissen auch wie was ich für ein äh Nintendo Gameboy äh Gamecube Fanatiker bin das ist echt krass ich ich liebe diese Konsole einfach nur und das ist jetzt halt auf der Wii U ich habe mir auch schon ähm hier äh den Adapter für den äh für den äh Gamecube Controller bestellt äh der dürfte morgen kommen also für euch heute ähm und ja ich werde dieses spielen so dermaßen sucht in den Ferien das glaubt ihr nicht weil ich finde das richtig geil dieses Spiel weil ich hab das früher immer mit meinem ich glaube schon ja mit meinem Bruder wahrscheinlich die ganze Zeit gespielt das alle auf dem Gamecube noch ähm ich weiß nicht da glaub ich hier ist es Brawl oder so äh Super Smash oder ne ach ich weiß nicht auf jeden Fall das alle auf dem Gamecube ich weiß nicht ob das einige noch kennen oh Gott das war echt dumm das war echt dumm und ja jetzt stellt sich wahrscheinlich für die meisten die Fragen äh ne wieso das ist auch Aruf ähm ich weiß nicht ich kann nicht sagen ähm denn erstens habe ich noch ich weiß nicht ob es mit der GameCapture geht die ich noch bekomme ähm denn Cookie äh also äh äh quergezeugt hat noch meine GameCapture bei sich aber das irgendwie zu äh zu verschicken geht irgendwie nicht keine Ahnung also er ich weiß nicht ob er es nicht hinbekommt oder die Post so inkompetent ist auf jeden Fall ähm funktioniert das irgendwie nicht also er bekommt sich zu mir geschickt irgendwie weil es immer wieder zu ihm zurückkommt oder angeblich soll es bei uns an der Verpacktstation liegen aber uns wurde nichts gesagt dass es da liegt und blablabla ähm und ja wann ich die bekomme weiß ich auch nicht wann das denn dann endlich mal funktionieren würde ähm und ja ich weiß nicht ob das mit der überhaupt geht mit auf View aufzunehmen ähm ähm ich weiß nicht und ja müsste ich auf jeden Fall auch gucken so ähm aber wenn dann eben etwas später weil keine Ahnung bis also es wird äh dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr besseren bis ich die GameCapture bekomme was relativ schade ist ähm und ja mal gucken ich weiß ich wann es funktioniert äh ihr könnt auf jeden Fall mal dem Cookie in die Kommentare schreiben falls ihr da gerade Lust drauf habt ähm Shake Fabo the GameCapture ähm könnt eben einfach mal so in die Kommentare schreiben ähm ähm Und ja, er hat halt jetzt schon dreimal versankt gezahlt und will halt jetzt nicht nochmal zahlen, was ich natürlich auch verstehen kann, weil es halt einfach nicht ankommt und ja, mal gucken, keine Ahnung, was da los ist. Okay, der Typ, der, warte, äh, wie viele Kämpfe sind es denn noch? Und auch so viele Uni, aber ich gehe jetzt hier langsam alle zu Ende und ja, und mir ist auch aufgefallen, dass ich irgendwie, ähm, ja, jeden, jeden, jede Woche eine Timolia-Folge bringe, so, ist mir aufgefallen, ich dachte, wären doch so viele, äh, Dinge, egal, ähm, dass ich jeden, äh, jede Woche eine Timolia-Folge bringe und ich finde es irgendwie richtig chillig, so einmal in der Woche so, Ähm, 1 bis 1 finde ich auf jeden Fall recht chillig, jetzt hat es was gelegt, ähm, und ja, gut, das finde ich auf jeden Fall echt chillig, okay, gut, den bekomme ich nochmal, dann setze ich noch einen Labeheimer, der nicht trifft, oh gut, halbes Herz, siehst du, die Knöpfe, äh, Knöpfe, okay, die Kämpfe sind irgendwie nur verklappt, ähm, und ja, was ich auch noch sagen wollte, ist, äh, dass wir jetzt, ähm, den letzten Test morgen schreiben, also heute geschrieben haben, wenn ihr das Video sehen, ähm, und ja, was ich dazu, äh, was ich dazu sagen kann, ist ganz einfach, okay, jetzt hab ich sein Wasser, und jetzt ist er tot, er hat nämlich kein Wasser mehr, er hat nämlich kein Wasser mehr, kann nämlich seine Labe wieder, und zünd ihn jetzt komplett damit an, oh Gott, hab ich ihn getroffen? Oh Gott, diese, kommen wir einfach, ja, er wird auf jeden Fall 100%, was, er ist nicht gestorben? Hä, lol, wie viel Herzen er hat, tun, was? Ähm, und ja, das war, dann war das der letzte Test für dieses Schuljahr, also groß angekündigter Test natürlich, so eine kleine Probe, die nicht angekündigt, kann natürlich noch passieren, hoffe ich aber auf jeden Fall nicht, ähm, und ja, dann schreiben wir nächstes Jahr schon gleich wieder Englisch nach den Ferien, irgendwann die zweite schon, ähm, und, ja, das heißt, Schule ist momentan so wie sie, ich weiß nicht, na, jetzt nicht unbedingt ein Problem, aber, oh, leider geht's, ähm, und, ja, auf jeden Fall, wenn dieser Test morgen vorbei ist, wird eh alles erstmal viel chilliger, ähm, weil dann haben wir erstmal nichts mehr, okay, ich bin dann noch einmal bis um 8 Uhr, äh, nachts in der Schoole, Schoole vor allem, in der School, ähm, ja, aber, da muss ich auch helfen, so aufbauen und so, weil da irgendeine Veranstaltung ist, äh, sieht man die Campe hier jetzt? Ich glaub nicht, ne? Ne, aber ich hier auch nicht, doch, die beiden noch, dann dürfte es vorbei sein, ähm, und, ja, sonst ist aber eigentlich alles chill, dann ist eh Freitag und dann noch Montag und dann Dienstag noch, äh, bis 11.15 Uhr haben wir dann Schule und dann alles chillig und Ferien. Oh Gott, lol, das war gar nicht so schlecht, aber, äh, ja, die Lava fließt ja zu ihm, aber, äh, bin ich ja Blöcke. Äh, wer gar nicht so eine schlechte Taktik gibt, oh Gott, jetzt ist er eigentlich kerstelt. Fließt die Lava da? Ich glaub, der ist eins weiter, was wir machen sollen. Oh Gott, Alter, was ist das denn? Ja, wird immer mehr eingeengt, so. Aber, alter, what the fuck. Das dürfte ich langsam bekommen. Das wird's, wird's, äh, gut. Okay, jetzt, jetzt müssen wir weitergehen. Ja. Okay, ich glaub, es sind jetzt noch acht Leute oder 16 dabei, ich weiß gar nicht. Das heißt, er ist auf jeden Fall gleich vorbei. Okay, ich dachte schon, er ist Afka. Oh Gott, ich glaub genau in den Pfeil. Ähm, und ja, auf jeden Fall könnte ich mir das echt gut vorstellen, äh, so Smash aufzunehmen, weil es halt einfach ein richtig geiles Ding ist. Und zum Zuschauen finde ich das auch geil. Ich hab das jetzt schon ein bisschen öfters bei Pizmitsu angeguckt, so. Ich find das einfach, oh, halb ist jetzt. Ich find das einfach richtig geil, auch so anzugucken. So generell die Kämpfe, so wie du dann so, BOM, von weg fliegst. Ich find das echt geil. Wer ich, äh, zu Smash jetzt noch sagen kann, ist, dass mein Main bis jetzt, äh, ich wollte halt erst auf dem, als Main nehmen, aber ich mein, ich kann jetzt noch nicht so entscheiden, wen ich jetzt so als Main nehmen soll und so. Ähm, da ich halt ganz einfach, äh, mit dem, äh, Wii U Controller da spiele. Ähm, und da kann ich halt noch nicht entscheiden, was ich denn jetzt nehme. Oh Gott, der ist, der ist gut gedamaged worden. Ähm, und ja, da kann ich halt einfach jetzt noch nicht entscheiden, welche ich nehme. Vielleicht komm ich mit dem Gamecube Controller viel besser klar, weil ich halt früher immer auf dem gespielt hab, was ich mir auch, ähm, viel besser vorstellen kann. Ähm, und ja, also ich kann das noch nicht richtig entscheiden. Aber, und ja, also ich hab auf jeden Fall halt gespielt. Dann, äh, hier Donkey Kong ist auch, find ich gut. Ähm, und dann noch, äh, hier, Samus Zero. Ich weiß nicht, wie, wie genau heißt. Also die, äh, der Samus, also ohne den Anzug halt. Ähm, ich weiß grad gar nicht, wie die heißt. Zero Samus oder so. Ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall ist auch recht chillig so. Also ich komm mit dem halt klar. Normalen Samus hab ich noch gar nicht. Ich hab nicht mal alle durch. Ich hab bis jetzt erst Falco freigeschalten, weil ich bis jetzt fünf Runden gespielt hab oder so. Und, ja, gut. Kann ich jetzt noch nicht recht zu viel sagen. Und der Adapter dürfte morgen kommen. Und dann, ja, recht chillig. Okay, gut. Wir haben jetzt halt gar nicht geguckt, wie viele Leute noch sind. Mal gucken. Okay, 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 okay. Ich hab ihn genommen wieder hin platziert. Gut, jetzt hat er kein Laber mehr. Schon mal gut. Was einmal hat er auch kein mehr. Okay, die Runde hab ich eigentlich so gut, wie wenn ich denn jetzt, äh, gut mit Laber und Summ gehe. Ja, gut. Das war eine Safe-Runde. Also man müsste auf jeden Fall so, ähm, denen die Eimer immer wegnehmen. Das ist eine gute Taktik. Und erst mal die Pfeile verballern lassen. Okay, ich hab jetzt auch zwei Map-Pfeile. Oh Gott, das war dumm. Hilfe. Er ist lag. Okay, das dürfte ich eigentlich auch haben, weil ich ihm schon mehr Hits gegeben hab. Die Pfeile auch grad nicht wenig Damage machen. Aber ich glaube, er hat mir mehr getroffen. Ja, nee, gut. GG. War es jetzt schon Finale? Nein, wir nicht, ne? Nee, gut. Seckt, Leute. Ja, also vier. Achso. Das heißt, jetzt ist dann Halbfinale und dann Finale gut. Die beiden jetzt noch und wer noch? Die anderen auch noch. Okay. Noch die. Dann ist das Halbfinale. Das ist dann gut. Oh, oh, oh. Schafft das, schafft das? Ich glaube, hier Ding. Loin? Ich hätte echt gesagt, der andere gewinnt. Weil er halt so die Pfeile im Kopf hatte. Okay. Die, 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 die. Okay, er hat mir einen Hicke gegeben. Nicht so gut. Okay. Okay, jetzt muss ich mal meinen Eimer wieder mitnehmen. Okay. Okay, den hab ich. Hab ich, hab ich, hab ich. Alles leckt. Ah, die Lava packt auch manchmal so, ne? Äh, warte, ich schreibe erst einmal bei der zweiten. Okay. Ich fand's auch so geil, dass er einfach nur ein G geschoben hat anstatt G. Dann eines. Also, ich kommt an. Jo, ein G. Ein G reicht, jo, jo. Oh Gott, das war wieder so ein Lava packt. Oh, okay. Was, hat er das Sexessen? Okay, es wird jetzt spannend. Okay. Jetzt muss ich mich ein bisschen zusammenreißen hier. Einmal draufgehen. Ich glaub, ich hab einen Hitten. Ja, jetzt auf jeden Fall. Okay, gut. GG. Ähm, ich glaub, der andere, die sind schon fertig. Nein, auch nicht. Okay, aber jetzt. Gut, gegen Rocks. So, im Finale. Mal gucken, ob ich mein eigenes Tönig gewinne. Hab ich bis jetzt noch gar nicht oft geschafft, so. Okay. Ich spiele auf jeden Fall taktisch. Das sieht man schon. Oh Gott. Hey, lol. Hey. Okay. Ja, ich hab ihn öfters getroffen. Gut, jetzt drauf. Okay, gut. Grad noch, äh, gekloppt. Easy. Okay. Ich muss jetzt wirklich ein bisschen Concentration nennen. Concentration nennen einfach. Gut, er sei hier ein bisschen abgelenkt mit dem Lava-Eimer. Jetzt hat er auch keinen mehr. Gut. Kann ich eigentlich aggressiv draufgehen, so. So, ich wurde auf jeden Fall gerade, äh, Demenz gestört. Und, ja, gut. Auf jeden Fall, ähm, ein bisschen behindertes Ende, so, weil ich jetzt halt, äh, ein bisschen gestört wurde. Und, ja, egal. Auf jeden Fall hoffe ich trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat. Und, ja, ihr könnt natürlich euer Kit in die Kommentare schreiben. Und, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.